Dann begrüsse ich Sie recht herzlich zu unserem ersten Crowdsourcing Event. Ich freue mich sehr, ich freue mich mega. Ein großes herzliches Dankeschön an Ihren wahnsinnigen Einsatz. Wir hätten nie mit so viel Engagement gerechnet. Und als am 18. Januar die NZZ über uns berichtet hat, das war völlig ungeplant. Sie sehen, wir haben 8.087 Hinweise bekommen. Das sind einzelne E-Mails. Und wir haben 661 Personen, die uns Minimum ein Mail geschickt haben. Und was wirklich spannend ist, es gibt einen harten Kern. Es sind im Moment 11 Leute in der Top Ten. Die haben also mehr als 4000 E-Mails geschickt. Also crazy. Also es ist wirklich wahnsinnig. Wir haben unter Ihnen ganz viele Spezialisten. Da gibt es die Spezialisten für Berge. Da gibt es die Spezialisten für Dampfschiffe, für Industriebilder, für Industriebauten. Oder einfach jeder hat ja einen lokalen Bezug. Jeder hat seinen Heimatort, Wohnort, Lieblingsferienort, Arbeitsort und so weiter und so fort. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Es ist wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.